So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Playmobil Spirit Magazin Nummer 1, 22 ist da. Mit einer Weihnachtsfrau und einem Esel. Cool. Nein, Scherz beiseite. Das Extra ist richtig cool. So sieht es aus. Und jetzt haben wir ja die Weihnachtszeit. Das passt. Sie auf jeden Fall. Baue ich natürlich gleich mal zusammen und sieht auch richtig klasse aus. Wer so eine Weihnachtskrippe baut oder sowas und vom Playmobil schon einiges hat, so ein Weihnachtsmann, da passt sie wirklich gut dazu. Aber wie gesagt, da schauen wir uns gleich mal genauer an. Jetzt blättern wir natürlich erstmal in das brandneue aktuelle Playmobil Spirit Magazin drin herum. Winterzauber. Und das ist typisch. Ich habe ja, ab und zu mache ich solche mit, bockse ich die Magazine an. Wissenswertes über Figuren. Dann natürlich die Comic-Beilage von Spirit. Ich habe gerade mal so ein bisschen reingeguckt. Ja, ist nicht meine Welt. Ich kann dazu nicht sagen, humorvoll, spannend oder sowas. Nee, das ist nicht meine Welt. Aber wer es natürlich schon hat und schon komplett durchgelesen hat, schreibt es für mich weniger, für alle anderen mehr. Ja, wie findest du es? Findest du spannend, humorvoll? All das kannst du auf jeden Fall kommentieren. Boah, hab ich jetzt heute einen Sprachfieler. Dann haben wir hier ein Würfelspiel mit Herzchen, ein Poster, zwei Seiten. Oh, hier ist die Weihnachtsfrau mit den Eseln. Und Merging Dising. Auch cool. Aber das Poster ist nichts für mich. Und dann geht es natürlich mit der Comic-Beilage weiter. Ah, was Wissenswertes über Esel. Auf jeden Fall machen die E-A. Das weiß, glaube ich, jeder. Dann Rätsel-Spaß, Rätsel-Spaß-Spiele. Ah, Backrezepte sind immer zu Weihnachten cool. Sind wirklich immer richtig cool. Ah, ein Herzchen. Süß. Lebkuchen-Herzchen. Richtig klasse. Dann Bestellformular. Was zum Mahlen. Cupcakes hier oben. Und das war es schon. Nächste Magazin. Ist wieder ein Pferdchen drinne. Cool. Klasse. Ach, hier hinten noch vier Postkarten. Weihnachtsmotive. Oh, den einen habe ich jetzt zerrissen. Hier oben. Wenn das Kläser fällt. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr die Postkarten erhalten möchtet. Frohes Fest ist kaputt. Aber nichtsdestotrotz. Das ist es nun. Das brandneue und aktuelle Playmobil Spirit Magazin. Mit eine coole Beilage. Das Ganze. Für rund 4,99 Euro. Also 5 Euro. Ja. Ist kein Schnäppchen. Aber vielleicht auch richtig coole Figuren. Die packen wir jetzt mal aus. Da haben wir so eine Art. Ach, das ist. Noch was Kleines drin? Ne. Also. Figur. Ah, du seht ihr. Das Rock ist so Gummi. Passt. Dann natürlich. Oh, schaut mal. Süß. Ha. Stiefelchen. Schön gedruckt. Geht. Dann haben wir jetzt hier. Eins, zwei, drei Aufkleber. Verschiedene Lebkuchenformen oder Muster. Hier haben wir jetzt das Herzchen. Wo ihr sie draufkleben könnt. Jetzt haben wir hier dieses Gummischnall. Die kommt jetzt hier rein. Einmal. Einmal. Und zweimal. So. Seht ihr, sie geht schnell wieder raus. Das ist natürlich jetzt blöd. Da würde ich Heißkleber oder Sekundenkleber reinmachen. Sonst zieht ihr das immer wieder raus. Wie gesagt. Ihr habt drei verschiedene Motive jetzt. Das Lebkuchenherz. Dann könnt ihr den kleinen Esel das drum packen. Dann sieht das interessant aus. Ja. Dazu die Figur. Ist ein Gummirock. Gar nicht mal so schlecht. Muss man echt lassen. Zu Weihnachten passt es wunderbar. Aber nichtsdestotrotz ist mir eure Meinung, eure Kommentare wichtig. Das wisst ihr ja. Wenn ihr umso mehr ihr schreibt oder Daumen hoch macht, umso öfters mache ich dann solche Magazine. Aber nichtsdestotrotz. Weil das ist das brandneue und aktuelle Playmobil Spirit Magazin. Ja. Weihnachtliches Extra. Wie man so schön sagt. Ich versuche natürlich irgendetwas von Playmobil Spirit hier unter dem Video zu verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.